Hey Leute, willkommen zu diesem Microforge Modding Tutorial. Heute machen wir die Achievements und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Aber ja, heute ist es mal ein bisschen anderes Video, denn ich habe das jetzt schon vorgemacht, denn ich hatte jetzt drei Aufnahmeversuche und alle sind fehlgeschlagen. Weil es gibt nämlich anscheinend einen Bug in Microforge Achievement 1.9, dass ein paar Sachen rumbacken, die werde ich euch dann gleich erzählen, weil ich habe echt gedacht, dass ich über einen Fehler gemacht habe, aber ich habe es nochmal alles ausprobiert, es geht einfach nicht. Und ich habe es sogar mit der 1.8 verglichen. Ich habe auch keinen Beitrag dafür gefunden, warum es nicht geht und so. Deswegen werde ich euch das dann gleich nochmal erläutern, was es dann nicht geht. Aber gut, im Moment funktionieren die Achievements zwar, aber es sieht halt ein bisschen doof aus. Aber naja, hoffentlich fixen die das bald oder jemand sagt mir, wie man es in der 1.9 anders macht. Ich habe leider nichts gefunden. Na egal, auf jeden Fall, wir fangen direkt an. Das heißt, ich habe jetzt hier im Event-Handler-Init ganz unten einfach New Tutorial Achievements, eine neue Klasse erstellt, in der ich dann einfach, ja, hier einen Konstruktor dann habe. Da rufe ich dann zwei Methoden auf, einmal eine Init- und eine Register-Methode. Init ist hier, Register ist da. So, dazu habe ich mir jetzt erstmal für die Achievements, ich habe jetzt zwei Achievements hier gemacht, habe ich mir jetzt erstmal zwei Variablen erstellt, nämlich Public Static Achievement, to join heißt die eine. Das soll dann, ja, getriggert werden, wenn man in eine Welt joint. Und Public Static Achievement, to use item, das soll dann genutzt, also ausgeführt werden, wenn wir Rechtsklick mit unserem Tutorial-Item machen, also fliegen. Und naja, dann initialisieren wir das, das heißt, wir weisen dem was zu. To join ist gleich New Achievement. Achievement.to join, das ist wichtig, dass die Achievement davor steht. Das ist dann die ID in der Art von dem Achievement. Da nehmen wir einfach am besten den Namen, den wir auch hierher nehmen, denn das ist der Undokalized Name, der hier. Der wird dann auch in der Language Registry verwendet, den zeige ich euch dann auch gleich, die Language Registry. So, ich sollte mich vielleicht in Skype auf beschäftigt stellen. Okay, dann machen wir weiter, also das ist dann die Position hier. Ihr kennt ja sicherlich die Achievement-Page, wenn man Escape Achievements klickt. Wir können auch zu dieser Default-Mail-Achievement-Page was hinzufügen. Dann buggt nämlich das nicht rum, weil ihr kennt doch da sicherlich diese Pfeile, die dazwischen sind. Also, du hast das Base Achievement, dann kommt das nächste Achievement und so weiter. Das funktioniert auch, wir können jetzt einfach was hinzufügen. Theoretisch, wir könnten jetzt das hier auf, sagen wir mal, 4 und 3 und 1 machen. Dann ist es irgendwo da drin und dann können wir das hier, das ist das Item, was angezeigt wird. Was halt dann, ja, im Achievement angezeigt wird, da wird immer so ein Item angezeigt. Und Achievement-Null bedeutet, dass es kein Parent Achievement hat. Das bedeutet, man braucht kein Achievement davor, um das Achievement zu bekommen. Da könnten wir natürlich jetzt auch irgendwas anderes angeben, wie zum Beispiel das Open-Inventory-Achievement, wenn wir das halt in der Default-Achievement-Map machen. Da wir aber unsere eigene stellen, ist das anders. Nur da funktioniert irgendwo, warum auch immer diese Pfeile nicht. So müsste es auf jeden Fall funktionieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Bug ist, aber gut. Im Moment geht es noch nicht, sie bauen so aufeinander auf. Das funktioniert, nur die Pfeile ist halt nicht da. Die ist ein Bug anscheinend in dem Buie von der Achievement-Map, von Forge, von der neuen. Deswegen, ja gut, ich sitze halt leider so. Aber auf jeden Fall setzen wir das mal wieder hier auf 0-0, würde ich sagen. Das bedeutet, direkt in der Mitte, einfach beim Start. Dann, ja, habe ich ja schon erklärt hier. Set Independent Stat bedeutet, dass es ein Independent Stat ist. Das muss man nicht unbedingt setzen, kann man aber machen. Das ist halt einfach für das Start Achievement in der Art gedacht. Und Set Special bedeutet, dass es lila dargestellt wird. Und halt einfach ein, ja, Special Achievement ist. So, dann haben wir das gleiche für das To-to-use-Item gemacht. Hier haben wir auch wieder den, ja, ID-Namen hinzugefügt. Dann den Unlocalized Name. Dann die Position, die ist jetzt halt nicht auf 0-0, sondern 2-1. Das sind die Koordinaten. Da könnt ihr aber auch ausprobieren, wo das dann genau liegt. Sollte auf jeden Fall wie in einem, äh, wie in einem Koordinatensystem, was an der, äh, an der, äh, x-Achse gespiegelt, glaube ich, ist sein. Na, okay, ihr werdet es einfach sehen. Probiert es einfach aus. Ähm, und hier, äh, ja, haben wir dann hier wieder das Item hinzugefügt. Und hier ist jetzt nicht das Parent Achievement Null. Das bedeutet, wir haben keins. Sondern wir brauchen für dieses Achievement, also für das To-to-use-Item-Achievement, das To-Join-Achievement. Und das haben wir ja dann. Also, damit weisen wir uns einfach zu. Dann machen wir hier mal To-Join-Register-Stat. Damit registrieren wir das. Das muss man nicht unbedingt machen. Würde ich aber machen, damit man ein Slash-Achievement machen kann. Und dann die Achievements geben und, äh, ja, entfernen wieder kann. Das, äh, ist eigentlich nur wichtig, damit es auch in der Default-Achievement-Map, ja, anerkannt wird. Damit man halt den Comment ausführen kann. Wenn man das nicht haben möchte, kann man es auch weglassen. Würde ich aber empfehlen zu machen, damit man halt das mit dem Achievement-Comment machen kann. Dann machen wir die neue Achievement-Page mit achievement-page.register-achievement-page. Dann stellen wir hier eine Instanz von der Achievement-Page. Und warum ist denn so eine Leerzeite drin, frage ich mich gerade. So, hier geben wir als erstes den Namen an, der angezeigt wird unten. Das ist in dem Fall einfach Tutorial-Achievements, würde ich sagen. Und dann geben wir eine Objektliste an von Achievements. Da habe ich einfach ein neues, äh, ja, Array erstellt. Eine neue Liste. Wo ich dann einfach Tut-Use-Item reingetan habe und Tut-Join-Item, äh, Tut-Join-Achievement. Ähm, wenn ihr mehrere, sehr viele Achievements habt, solltet ihr die irgendwie besser einfügen. Das heißt, ihr macht uns eigentlich, okay, ich kann nicht reden, euch am besten eine Methode, mit der ihr das Achievement registrieren könnt. Um dann das direkt in eine Liste hinzuzufügen, damit ihr dann das in eure eigene Achievement-Page machen könnt. Damit das halt nicht so groß wird. Aber das, denke ich, bekommen die meisten auch selber hin. Und, naja, bei zwei Achievements lohnt sich das nicht mit einer Liste. So, wie geben wir jetzt die Achievements? Das ist jetzt natürlich die große Frage. Ich habe das jetzt in dem, äh, ja, Join-Event gemacht. Das haben wir im letzten Video gemacht, wo ich dann Events gezeigt habe. Ähm, habe ich einmal das Join-Achievement geben lassen. Das machen wir so, indem wir hier reingehen zum Beispiel und dann hier einfach Player.atStat schreiben und dann einfach das Achievement angeben. Das ist also richtig simpel. Ähm, es gibt auch noch die Methode. AtStat und dann können wir hier, äh, ja, Score angeben, weil diese AtStat-Methode wird auch für die ganzen Scores verwendet. Weil es gibt ja zum Beispiel, wie viele Blöcke man abgebaut hat und ob man den Block benutzt hat und was auch immer. Das gibt es ja auch alles und die Achievements machen darauf auf. Ähm, wenn wir das hier einfach so setzen, passt das theoretisch alternativ, können wir das auch. einfach auf 1 setzen, aber natürlich ist es so schöner und kürzer, weil diese AtStat-Methode führt genau diese Methode aus mit dem Wert 1. Und, naja, dann haben wir das und, äh, ich habe das jetzt noch im Rechtsklick des Items gemacht. In unserem, äh, ja, ersten Item. Habe ich einfach mal reingegangen in das Item Tut. Und hier habe ich halt dann einfach, äh, in dem On-Item-Right-Klick einfach noch Player in AtStat und dann halt das To-Duce-Item-Achievement hinzufügen lassen. Also, ihr seht, ich habe jetzt einfach die Achievements so registriert. Und hinzufügen lassen, was jetzt noch fehlt, ist die Language-Registry, weil, ähm, ein Achievement hat nicht nur einen Namen, sondern auch eine Description, also eine Beschreibung, wo halt da noch Informationen zum Beispiel drüber stehen. Äh, deswegen gehe ich hier mal die Language-Datei schon wieder uns an. Und, ihr seht, das ist so aufgebaut, Achievement.to-Join. Das ist genau der Name der ID, die ihr dahergenommen habt. Wenn ihr, ähm, aber das, ihr solltet das auf jeden Fall genau, ja, gleich nehmen. Das heißt, die ID, Achievement.to-Join. Und dieses hintere To-Join sollte bei dem Unlocalized-Name auch To-Join heißen. Damit ihr da einfach nicht durcheinander kommt, wäre auf jeden Fall praktisch. Und dann habe ich halt einfach hier das Achievement-Join genannt. Und die Description.desk einfach dahinter ist dann das, was unten drin steht, also in diesem etwas kleineren, ja, Feld. Äh, join the Minecraft-Word zum Beispiel. Und hier Fly, äh, das ist halt das Toot-Use-Item, äh, wenn man das nutzt, Use Toot-Item oder so. Da könnt ihr natürlich eure eigenen Sachen reinschreiben. Ich habe jetzt nur für meine Sachen das reingeschrieben. Und ich würde sagen, wir starten Minecraft und schauen uns das an und dann zeige ich euch nochmal den Bug. Und, naja, vielleicht weiß ja jemand eine Lösung oder es ist wirklich ein Minecraft-Bug. Dann sehen wir uns bis dahin gleich wieder. So, ich bin nun an der Minecraft-Welt reingegangen und wir sehen, wir bekommen das Achievement. Player 833 has just earned an Achievement. Join, ihr seht, das ist auch solider, das ist so ein Special-Achievement eben. Join the Minecraft-Word. Und wenn wir jetzt hier das Tutorial-Item benutzen, also rechtssicht damit machen, sehen wir, bekommen wir das nächste Achievement. Player 833 has just earned an Achievement. Fly, hier ist auch die Beschreibung richtig, Use the Toot-Item, beziehungsweise Use Toot-Item. So, wir können ins Achievements gehen und hier sehen wir, ist nun die Default-Minecraft-Achievement-Page. Wenn wir jetzt ab hier auf Michael klicken, können wir auch weiter schalten und wir sehen dann in unserem eigenen Achievement-Feld. Und ihr seht schon, hier fehlen leider die Pfeile, wie sie eigentlich hier drin sind. Die sind immer so schöne Pfeile dazwischen. Die sind einfach nicht da. Ich weiß auch nicht genau warum, weil das braucht man als erstes und dann baut es darauf auf. Auf jeden Fall, es funktioniert einfach nicht. Also wenn jemand dann eine Lösung weiß oder vielleicht ist es ja im neueren Bild verfügbar, ich habe jetzt einfach den Comment 19 hergenommen, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann werde ich das vielleicht nochmal als Anmerkung hinzufügen. Und naja, dann war es das für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auch gerne eine Bewertung da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao! Bis zum nächsten Mal.